Herr Rallor, gib mir die Kraft! Ich will Morse zurück. Entschuldigung, wenn ich jetzt die ganze Zeit rumheule, aber ich will Morse zurück. Es ist gerade einer der Charaktere gestorben, mit denen ich mich echt am meisten, jetzt ich würde nicht sagen, identifizieren konnte, aber zumindest die ich an sich echt schön, schön gezeichnet fand, wenn er stirbt. Morse hat das nicht verdient, vor allem, ey, jetzt mal ganz ehrlich, also diese letzte Aussage, dass er seine Familie umgebracht hat, der war da, das war einfach zu viel. Was ist der Offizier, der sollte ich ausmachen? Oh, das ist der Offizier. Geh ihn, geh ihn zu Wex, er mag sein Fleisch, rarer. Also wir halten erstaunlicherweise sehr lange durch, aber ja, wir haben es halt einfach nur verkackt. Wieder einmal haben wir es einfach nur verkackt. Ah, okay, wir müssen jetzt wirklich, also ich versuche jetzt demnächst wirklich bedachter vorzugehen, um die Möglichkeiten, die ich habe, auch nutzen zu können und es notwendigerweise auch in Erwägung zu ziehen, mich richtig zu entscheiden. So, also wir probieren das einfach mal. Also jetzt haben wir schon zwei Stücke von diesen, von der alten Savik-Rüstung. Oh, Flussrad, okay, hier geht's nicht weiter. Oh, Mann, Leute. Wenn ihr mit Morse spielt, könnt ihr mit eurem Hund isolierte Gegner töten, vielen Dank. Ich bin gerade echt... Ich bin gerade sehr, ich bin gerade auch nicht. Ich bin gerade, wir können... Das ist gut. Wie ist das hier? Du hörst du das, ihr Arschlug? Es gibt ein neues Herr hier, und ich bin. Herr Wex! Was will ihr, ihr? Hat ihr in den Börsen gehalten? Ja. Ja, sie sind tot, wie du geordert hast, Herr Rivaspring. Ha, ha! Jetzt gibt es jemand, der versteht. Du hast meine Gelegenheit, um da zu gehen, und sich mit den Servant-Gerl für eine Zeit. Und auf deinem Weg, geh und sehen, warum dieser Meister so lange dauert, um Dail zu retten. Es wird so, wie du geordert hast, Herr Rivaspring. Was ist das hier? Ja, das stimmt, allerdings. Ja, das stimmt, allerdings. Okay, Moment bitte, ich muss ganz kurz kommen. Wir haben sie gezeigt, nicht wahr? All black and brown. All covered in hair. And down the road. From here to there. From here to there. She seems a bit tired there, your dancer. She's just biding her time, aye. And as soon as she stops dancing, she's getting a good fucking. Course, if she wants to stop, that's up to her. Me, I'm just waiting. I'll have to finish a little quicker than I'd like. But I'm not gonna let anyone get in the way of me slitting her throat after I'm done. Uh, yep. And how much would you take for your prisoner here? What? Sell a cunt like this? And deprive myself the pleasure of making her squeal before I slice her up? How much? Four hundred silver stags, my boy. Yep. Here, there's your coin. Are you serious? You must really have an itch you can't scratch if you pay up without bartering. Still, I won't complain. She's all yours. Quick, get her out of here before she has herself a little accident. I'll take her down to the dungeons where it's cool, and under lock and key. Everything will turn out well, my lady. Remain calm. Don't kill me. In the name of the mother, have mercy. Listen to me. I am Alistair Sarwick, Lord of Riverspring. And I need you to go down and hide in the crypts. Do you understand me? There will soon be bloodshed. I cannot believe what's happened here. Thank you, my sweet Lord. If it were not for you, those savages would have killed me. Or worse. Go now. Okay. Oh, we have one. We have more. We have more. He wanted 400 silver rashes. We have now one gold rashes and 190 silver rashes. Okay. Let's see what we can do here. Oh Lord. I want to have the opportunity to take so many people as possible here out of this situation. Before it comes to an escalation. We showed them, didn't we? Oh, hi. I was saying that, come now. You're not very well that without me there will be no one to heal him. Oh, hi. I agree. We showed them, didn't we? Oh, hi. We showed them, didn't we? Take it off. We didn't see it coming. We never let ourselves get caught by surprise night. I have to find Harwin before anything else anyway. Just the Corwin for Larlet with more for the mayor maybe? Yeah, yeah. Hold us gold there. I can smell it. Oh my God, hey. Okay, but we're too clever if we're caught by that. We're no fools like these richies. I thought what? I can't even talk to the black god. Oh, no, we're only able to talk down here. I'm not sure what you can hear about. I'm not sure what you're saying, I'll go into town and race all in my life. I'm not sure what you're saying. Like that, I'm not sure what's going to be talking about. We're going to the policemen. We're going to the police. What did you call me? No, no. I was so drunk, I missed the call when Valar left with most of the men. Alright, yeah, yeah, yeah. Keep screaming, they're not going to get caught by. Oh, 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 oh. There's no chance to get caught by. We'll have to get caught by. Ice and darkness Take pity spare us, please. We will do as you wish Yeah, I will not allow such atrocities pox ridden scum you'll die here Thank you the mother heard our prayers Okay, uphand This is a possibility Thank you, you saved us. Praise the mother. We will get out of this nightmare alive. Praise the mother. Thank you Thank you my lord. I knew it. I was right to keep hoping Okay, sorry for this in line Ausrutscher aber ich habe jetzt einfach mal die gelegenheit genutzt I have to find how in before anything else anyway, so we get it's off jeden fall Did you find out what I Being clever just speaking the truth? It's a joy to see your head still on your shoulders, Maester Let me work. I have enough to do as it is. Is that any way to welcome your Lord? How? Alistair? Quiet don't let our guests here for a start we need to get rid of these wretches I've come to assess the enemy's strength and open the gates for Ryman and his troops You're alive and that means we have another chance to stop this madness Apparently you need to treat one of Wex's men Yes, he took a crossbow bolt to the chest when the castle was under siege He's one of the leader's favorites from what I understand To be honest, I was considering leaving him to die These scum will surely kill me for it, but at least I wouldn't have helped them I know you would be true to your word, but I can't leave you to die, Harwin My life is of little importance, my Lord The only thing that counts is that your bloodline goes on A Lord is nothing without his people This is my fight with Valar He's the one who has brought all this and it's up to me to heal the wounds Take care of yourself, I beseech you You are the last of the Sarwiks R'hllor protect me He will guide me by the hand and not let me go What are you to do with the injured one? He's one of the best fighters in their band Ah, when he overlebt, could he us that with Rex help? Nutzen wir die Gelegenheit und bringen ihn um Ich weiß halt nicht, diese Aussagen sind halt etwas ungenau Wenn er überlebt, könnte uns das mit Rex helfen Inwieweit könnte uns das mit Rex helfen? Trotz aller Unwissenheit in Bezug auf diese Situation würde ich trotzdem zu Demi tendieren Als ihn uns... Nein, Mr. was? Kill him His brothers will soon be following him into the darkness It will be done as you wish Get ready, my Lord I don't think his friends will take it well, when they learn of his death You'll pay for not having saved him, Meister You did, man Tja Nein, 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 nein Erstmal Dann Just try it, wretches Und dann Ah, ich geh auf Energie, wir warten noch ein bisschen Ah, das ist natürlich nichts gebracht, weil er es, der dort hat, nicht mehr lange genug verhalten Ich habe dir meine Leben, Alistair Ich bin alles, das bleibt von unserer Bloodline Illyana und Garwin waren wie Kinder Ja genau, das ist erstmal die erste Frage Ja genau, das ist erstmal die erste Frage Before the Bloodseekers captured you, were you able to complete your mission? I sent ravens to all your houses' banners, my Lord But with Valar's men having taken control of the village It'll be difficult to get their army into River Spring We'll get them in secretly via the tunnels I remember a passage that takes you just outside the walls If we succeed in taking back this castle Yes, that could work Once their leader has been killed and his main garrison massacred Our forces should be able to take to the streets Yep Were you able to spend time with these soldiers? Did you see anything that might be of use to us? Yes, there are three or four dozen in the castle As well as in the courtyard and on the ramparts Wex is absolutely mad But a very good fighter His men will always be more afraid of him than they are of us The one I poisoned was their finest swordsman He could have caused you some trouble Their men are spread throughout the castle Half of them are still pillaging Many of them are drunk Though we may have lesser numbers We may be able to take them by surprise And beat them Before we even have the chance to regroup I see Close this door behind me and barricade yourself in I'll handle what's coming There's a good chance this will be bloody Understood Take care of yourself, my lord Great, I... So, then gehen wir jetzt mal weiter Wir haben jetzt sozusagen beinahe alle Vorbereitung getroffen, was es angeht Wir werden jetzt versuchen Ähm... Ja, wir versuchen jetzt auf jeden Fall, ähm... Flussrat zurück zu gewinnen Stopp! Well... Ich bin, wie... ...und... 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 Nein... Wir hatten einen Checken, ob alles gut aussieht. Und ich? Ich habe mich gefragt, dass niemand durchführt wird. Dieses Garten wird geöffnet, bis Wex oder Jorah nicht anders entscheiden. Also jetzt, wegschließt! Okay, hier war es nicht zumindest. Ähm, dann vielleicht auch auf der anderen Seite. Wir müssen noch eine Stunde warten. Ich versuchte, dass ich ein kleines Wensche bin. Ich sagte, dass dieses Kastel... Nein, er wird nicht stoppen. Ah, Jorah. Oh Gott. Garvins repartiertes Medallion. Die Schattenfänger. Aljana, entschuldige mich. Sie sterben wegen mir. May R'hllor empfiegt dich mit seiner Wärmung und schützt deine Seele, kleine Freundin. Ich versuchte dir, dass ich dieses Monster Valar für was er dir gemacht hat. Ja, würde ich schon gehen. Ja, würde ich schon gehen. Ach, klar. Ich habe spezifische Orte, dass ich nicht beherrscht. Was willst du? Ja. Defend dich, Hund! Was in der Hölle ist mit dir falsch? Oh, endlich mal. Oh, ja. Ich werde mich gleich machen. Oh, ich bin genug. Ich werde mich bemarren. Oh, ja. Oh, ja. Ich werde mich noch citteln. Oh! Jetzt ist es aber langsam. Oh Mann, das macht mich richtig traurig, ne? Glaub man nicht. Dieser kleine... Ach, nee. Du darfst gar nicht dran denken. Ich denke wirklich die ganze Zeit nur darüber nach, was ich mit dem Typen mache, wenn ich ein bisschen in die Hände gerichtet habe. So. Ich werde ihn natürlich nicht beschädigen. Das ist sicher. Komm schon, Leute. Lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich habe ein paar Teile geschenken in der Küche gesehen gesehen. Schöneel Arbeit, Alistair! Wir werden uns hier wieder aufbauen. Ich werde ihn mit euch in der Höhe geben. Ich möchte dich wahrnehmen, Alistair. Du hast mal vertreten! Bist du? Graydon wird seine Mannschaft auf einem Flank. Die beiden werden beim anderen. Husten wir sie mit dem Schlitten auf. help us trap them and prevent them regrouping that seems to me to be a good plan ist die große halte eine normal rausfederung we'll take care of the bedchambers with their being two of us will be better suited to the task very well more than eight thousand years ago humanity itself was nearly lost during the long night our predecessors then built the wall this massive wall of ice it protects the realm of the seven kingdoms from threats beyond the wall defending it is our purpose our duty if you betray your brothers if you you break the sacred oath you will be met with one punishment death